Langeweile, das kenn ich gar nicht. Ich bin ein Raucher und Rauchen erfordert Disziplin. Da muss man sich schon an die Zeiten halten. Alle fünf Minuten eine Quatzen mit einer halben dazu. Natürlich erst ab acht. Ich mein, ich bin ja gar auch Sozialer. Und ab 12 Uhr am Mittag, da komm ich dann allmählich in die Stimmung, gell? Dann mach ich mir eine Telefonkonferenz mit Willi. Danach, da hör ich dann ein bisschen Musik. Dann leg ich mir schöne alte Schallplatten auf, vom guter Gabriel. Mei, so schön. Und dann, dann kommt eh schon daheim, ist daheim. Dann mach ich mir eine Dosen Pichelsteine auf, trink noch ein paar Halbe dazu und zur Verdauung sauf ich einen Zirmschnaps. Und dann sing ich noch ein bisschen Schalalala. Dann geh ins Bett. Fräule, das war ja auch ein langer Tag. Ich muss am nächsten Tag wieder früh raus, um 6 Uhr und rauchen. So, und jetzt lassen wir mal Ruhe. Ich muss eh schon wieder eine rauchen. Der Günther sagt immer, Raucher sterben früher. Ja, aber die Kinder von Rauchern, die erben früher. Der Günther. Erbe. Und Nichtraucher. Die fixe Scheiss drum, du. Der Gun von Rauchern Vielen Dank.